acht pack genau hier steigen wir mal ganz kurz aus freunde und zwar warum ganz einfach wenn mich jetzt nicht alles täuscht dann gibt es hier kurz gucken noch hier da hinten ist ein leuchtturm da haben wir jetzt ein item bekommen und da können wir die quest abgeben und zwar der hier der möchte gerne etwas bestimmtes haben was wir haben passt das nicht der reflektor vom leuchtturm ist kaputt sowas passiert nur alle jubiliare mal ohne den werde ich die schiffe auf felsen prallen bevor sie auch nur ein lichtschimmer sehen aber der reflektor ist aus dem unid du kommt da kommt man nicht so einfach an vielleicht hat ein anderer leuchtturm noch ein reflektor parat haben wir ihn geben ein neuer reflektor hast du denn den her ach egal das kannst du mir später noch erzählen wir müssen ihn schnell einbauen was heißen hier wir ich habe hier schließlich gebracht wunderbar so gut wie neu an diesem licht hängt hier die leben vieler fischer und seeleute jetzt können sie wieder in ruhe in see stechen also im namen aller seefahrer ich danke dir sehr sehr gerne 12.000 leuchtturm werter bandana und harte nuss neben geschichte leuchtturm seines leuchten gucken wir mal was du hast du das bandana so kann ja hier akneia perfekt würde ich sagen mehr als perfekt boah wird hat das ne ja krit ist nice sehr gutes item wie ich finde freunde es ist seltsam in letzter zeit bin ich ständig erschöpft ich war schon beim apotheker aber der hat gesagt ich wäre kerngesund außerdem habe ich rund um die uhr das gefühl mich würde jemand beobachten kein wunder dass ich mich nicht entspannen kann langsam glaube ich könnte ein böser geist verfolgen vielleicht sollte ich mir auf dem westkontinent einen dieser vitalisierten steine besorgen von denen alle reden nein nein in meinem zustand würde ich eine so lange seereise am ende sicher nicht überleben so kann ich doch nicht weiter also kann es doch nicht weitergehen was soll ich nur machen wunder stein freunde wir haben den wunder stein diese person geben was sie braucht ja und ich muss diesen wunder stein nur in den in der hand halten damit ich von meiner müdigkeit befreit werde ich kann mir nicht vorstellen dass das wirklich funktioniert aber na nun ich fühle mich auf einmal von allen meinen sorgen befreit mein körper fühlt sich so leicht an wie nie zuvor wer weiß was das war freunde jetzt verstehe ich es war das stadt leben das mich so ausgezehrt ausgezehrt hat da gibt es nur eine lösung ich werde neu delster verlassen und auf reisen gehen werde mir einen ruhigen ort in der freien natur suchen wo ich über mein leben nachdenken kann ich danke dir dieser wunder stein ist wirklich ein wunder stein sehr gerne mein freund drachentuch und 6000 neben geschichte wundersamer erschöpfung außer und regeneriert nach aktion fp ok jetzt müssen wir mal kurz gucken wenn wir hier was abluxen können abluxen